jo und da sind wir auch schon wieder ich bin jetzt nicht vorgelaufen das können wir ruhig zusammen machen ihr könnt ihr habt das privileg dass ihr skippen könnt bis ich zurück bin das habe ich natürlich nicht ich verstehe es trotzdem nicht eisen tachter trat wo dort merchant service okay ich höre schon wieder hier ein cool oder so irgendwas ist es fensbury gate oh hi alter das ist doch nicht normal hier ich werde hier in der rüber ich habe irgendwie ein bisschen schiss dass wir jetzt hier gleich ich habe das gefühl dass wir hier ständig im kreis laufen türen sind auch zu ok der ist level 9 aber der hat so ein komisches feuer ding das ist ja müssen wir wohl wieder zurück so sind wir auf jeden fall schon was haben wir hier guten tag ich komme nur um ihre sachen hier durch zu gucken was ach so wie ich hätte das war es so jetzt mal ohne witz wie zur hölle ach ja der ladebildschirm macht doch nicht 205 wir sind doch von hier unten gekommen richtig war das nicht so ja okay das haben wir auf jeden fall schon mal also wir scheinen ach ja das ist doch da brennt doch licht warum komme ich da nicht rein ist zu das offen ja dann gehen wir einfach wieder da lang sollte ja funktionieren so und der ladebildschirm wie ihn ein jeder kennt so schauen wir mal was hier so los ist pop poplar ja da steht doch gerade Pembroke hospital der ist ja immer noch da drinne ich dachte der braucht hilfe ok hier haben wir noch eine kiste jawohl können wir eigentlich noch ein paar sachen bauen patron sehr gut schrotpatron von da sind wir gekommen so da müssten wir ja hier wieder auf dem richtigen weg sein ich denke schon ja sieht gut aus oh quietsch da muss man ein bisschen wie die 40 spray ran ohne jetzt hier auf Errung zu machen ne oh nicht schon wieder so ein ladebildschirm das gibt's doch nicht schattenschleier einige gegner darunter blinde skars und prediger werden deine anwesenheit spüren wenn du diese fähigkeit verwendest hm hm ok haben wir das ja gut und dieser ladebildschirm es ist einfach anstrengend hm 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 so das ja wunderbar da sind wir doch endlich wieder auf dem richtigen weg warum zeigt er uns an begib dich nach white chapel hm hä wir müssen nach oben also wir müssen oben bleiben oder nee wir müssen noch höher ach du jemini wie sollen wir denn das machen ich würd gern fliegen einfach mal hier so drüber fliegen enter at your own risk ok mach ma dead inside wir müssen noch höher wir müssen noch höher ja was denn komm her oh verdammte axt der ist ja schon level 18 notiz der wet boot boys ich glaube ich habe in white chapel jemanden gefunden den wir für die boys gebrauchen könnten sein nennen ist olby er ist dumm wie brot aber zäh er sollte einige medikamente für den schwarzmarkt besorgen um sich zu beweisen und hat schnell und zufriedenständig geliefert bei unserem nächsten treffen werde ich ihm verkünden dass er nur ein wet boy boot boys dass er nun ein wet und seine befehle ab sofort von den anführen erhält ok oha wie sollen wir das denn machen ich glaub wir sollten eher mal zurück oder ich hab keine ahnung was diese stille gefällt mir nicht und mir erst 床 konkurrenzen an woher wie konnten wir uns denn noch mal ducken controller steuerung bbbbbbbbbbbbbs auswächelngedrücktheit Wir können uns gar nicht ducken. Na, klasse. Level 12 sollten wir schaffen. Aber ist der Level 11? Oha. Okay. Hab ich verstanden. Was ist das hier im Versteck? Wär ja schon nicht schlecht. Wie haben wir denn da? Großmutter Tilde. Warum kann ich hier rein? Okay, hier können wir Schillinge klauen. Aber es gibt doch hier nichts weiter. Die Truhe ist leer. Wir sind auf jeden Fall höhentechnisch da, wo wir sein sollen. Ich könnte es jetzt versuchen, die zu töten. Erst den einen, den anderen. Die Frage ist, schaffen wir das? Aua. Hey, hey, hey. Was willst? Aua. Verdammte Axt. Lass das doch. Boah. So, mein Freund. Das machst du nicht nochmal. Das war nicht nett. Der hat seine Schraube verloren. Verteidigen Sie unser aller Freiheit. Treten Sie der königlichen Fluss bei. Möchten Sie werden wissen, fragen Sie beim nächsten Rekrutträgerungsbüro nach. König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich den britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an der Front. Ja, ja. Komm ich da hoch? Ah, nee, es sind ja... Ähm... Spritz brauchen wir nicht, okay. 65 Meter noch. Hier, komm mal her. Komm mal her. Oh, hallo. Hallöchen. Ja, kurz fix nochmal. Ich brauche ein bisschen. Ja, wir brauchen aber Blut. Und das ist das Einzige, was hier gerade so rum... rumrennt. Influencer häufig von Lungenentzündung begleitet. Bleiben Sie zu Hause um dir. Okay. Okay, da sind sie. Ja, okay. Oh, verdammt. Das schaffe ich doch niemals. Bitte geh jetzt nicht weg, bitte geh jetzt nicht weg. Ich muss irgendwie da hin. Oder hier lang. Okay, das haben wir schon mal. Oh, na, klasse. Ich würde mich echt gerne verstecken. Das klappt schon mal... Oha, das sind drei Stück, ey. Wie soll ich denn das schaffen? Puh, 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 puh. Level 12. Level 11. Boah, dieser Cooldown. Okay. Ja, ciao. Okay. Wir versuchen das mal so. Oha, warum kann ich denn jetzt hier nicht... Die daddy! Die daddy! Die daddy! Yo, Bernie, ist ihr seid. Die daddy! Okay. Das haben wir. White Chapel. Holy шт. Nein, als erstes sollten wir uns einen Unterschlupf suchen, Kollege. Wir brauchen einen Unterschlupf. Das sieht mir doch hier nach einem Unterschlupf aus, oder? Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso können wir hier hoch, wenn wir hier nichts machen können? Wenn Darius Brittrash kuss, oder wie er heißt? Oh nein. Da wurde geschossen, wir haben es gehört. Hey, du. Wir wissen, du. Was? Ein Junge in der Mitte der Straße. Das ist nicht das beste, was zu tun. Würdest du sagen? Was? Du hast gesehen, was passiert. Wer bist du? Ich bin Dr. Reed. Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen, wenn du mir gezwungen hast, deine Säge zu setzen. Nein. Schau, ich bin kein violenter Mann. Ich bin Benjamin Palmer, Doktor. Und niemand kann mir helfen. Nicht nur du. Ach, natürlich. Ich habe gefunden, eine sehr interessante Art. Dein Sohn hat sich für die Gang zu zeigen, indem du deine Medizine verbringst. Oh, ich verstehe. Der kleine Böger dachte, dass er seinen Vater verbringst, um seine Reputation zu bauen. Der Begründer der Gang war tot, als ich ihn gefunden habe. Vielleicht sollte du besser auf dein Junge beobachten. Ich liebe meinen Albert, so. Believe mich. Es ist einfach... Ich bin ein Arscher, glaube ich. Insofern, danke für die Lerre. Das ist für deine Probleme. Du kennst, Dorothy Crane, aus dem Pembroke Hospital? Hast du nichts gehört? Es ist lustig. Ich habe mich auch zu suchen. Ich brauche ein paar Pille. Aber die Frau ist ein Phantom, wenn du mich fragst. Wirklich? Und warum ist das? Die Worte ist, sie ist nicht real. Sie ist nur ein Koffer für einen Doktor, der eine illegalen Dispensarie für Migranten läuft. Okay. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier... Warum ist das hier so angeleuchtet? Wir wollen doch nur eine Unterkunft. Oh, Hallöchen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Frau. Warum habe ich es nicht gehört? Warum habe ich es nicht gehört? Ich bin Jonathan Reed, von dem Weg. Dr. Jonathan Reed. Oh, mein Bruder hat über deine Forschung gesprochen, Herr. Ich bin Loretta Swanborough, und es ist immer ein Glück, zu sehen. Oho. Oho. Ich bin Loretta. Ich bin Loretta. Ich bin Loretta. Ich bin Loretta. Du kannst das nicht mehr schlafen. Ich bin Loretta. die ip.am aufmachen was willst du? lass mich alleine guten Abend, ich bin Dr. Reed ich schaue für die Nürzester Dorothy Crane es gibt keine Dorothy Crane hier? aber ich, ich bin Angst, dass diese medizinische Lieflitz das Gegenteil sagt, Sir wirklich? ich bin Angst, dass ich diese Tür jetzt jetzt, geh zu jemand anderen Herr Doktor um das Haus zu entdecken, muss ich wer dieser Mann wirklich ist vielleicht könnte ich mit dem zu sehen, was er da ist echt jetzt? das ist doch hier Petrovic Herr Neer ein Mann war auf der Tür, bei der Pass für unsere Medizin ich verabschiede ihm die Entdeckung Darius, wie können Sie wissen, dass er nicht brauchte die Hilfe? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nidercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. I cannot enter. I find here the Anwohner. It would be nice if we could find a house at all. I don't have your money. Come on Barrett, you know the game you pay for peace of mind. God, you must look the other way this week, Joe. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We used to be neighbors, for Christ's sake. I prefer not to give you another beating, Barrett. I find Clayton in this area. Is you Clayton? Say what? Ah. I'm sorry. I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are weary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah. Could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Okay. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Richard. I don't know. I don't know. I don't know. Scott. God. Good. Yeah, we are definitely right here. Ah, here I can't use my abilities. I can't use my abilities. Except here. It's locked. I can't use my abilities. Oh, I can't use my abilities. Oh, I can't use my abilities. Hello. Good evening, Miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Comellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Hmm. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Why it's truly so? I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Okay, sie war's auf jeden Fall schon mal nicht. Ah, Zufall. Meine lieben Kinder. Es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, das von Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt der Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Dieser Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seht, seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss vor mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab der kalten Heimat liebt. Euer ewig liebender Vater, Darius Petrescu. Der Kontext von Darius' Lattern zu seinen Kindern könnte mir mehr Leverage geben, um ihn zu erinnern. Das sagt aber immer noch nicht, dass wir diesen komischen Dings nicht finden. Ihr schießt mich tot. Wie heißt er? Kurt Nascher. Richard Kurt Nascher. Ich frage mich immer noch, wieso wir hier hoch können. Wenn es hier oben doch nichts gibt. Aber hier in die Kirche können wir auch nicht. Hallo, klopf, klopf. Na, Schwester? Ist ja immer wieder stumm. Es muss einen anderen Weg geben. Ich kann nicht mehr in die Kirche gehen. Es muss einen anderen Weg geben. Oha. Hm. Hö. Hö. Das kann ich nicht. Ja, okay. Oha. Oh. Ich hoffe, wir sind jetzt sicher. Das kann nicht der richtige Weg sein. Das muss irgendwo anders lang gehen. Aber wo zur Hölle? Komisch, komisch. Wir können da hoch, aber ohne Sinn. Das bringt es ja hier nicht. Hier ist ja nichts. Wir können nicht rein, weil wir kein Haus haben, irgendwie. Das würden wir auch mal speichern könnten. Puh, puh, puh. Aha, was ist hier? Aha, hier haben wir doch was gefunden. Das konnte ich mir doch schon fast denken. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ach du Kacke. Oha, wir haben keine Ausdauer mehr. So, kleine Spritze im Hals jahren. Oha, das war echt... Das war wirklich... Hier, du bist doch bestimmt Richard. So wie du aussiehst. Ja, finden die... Ne, doch nicht. Hallo? Hallo? Es ist und bleibt ein Mysterium. Dann würde ich sagen... ...sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao.